Lieber Peter, wie du ja weißt, haben wir beim Tagfalter-Monitoring für die Freiwilligen ein Schema entwickelt, wo nicht alle Arten auf Artniveau bestimmt werden. Wir haben die einfach erkennbare Einzelarten und vielleicht wollen wir diese Gruppen ein bisschen durchgehen, die wichtigsten Merkmale kurz besprechen und wir starten vielleicht gleich beim Apollo. Da kannst du uns sicher eine schöne Geschichte dazu erzählen. Ja, ich hole mal als erstes ein paar Exemplare, die wir anschauen können. Hier haben wir einen Kasten voll mit Apollo. Es sind relativ viele Tiere und es gibt noch viel mehr davon in der Sammlung. Das hängt damit zusammen, dass Apollo immer ein ganz beliebtes Sammelobjekt war, vor hundert Jahren vielleicht. Es sind viele alte Tiere auch und das hat sich aber geändert. Also Apollo ist heute auch kein häufiges Tier mehr. Früher war das ein ganz häufiges Tier, aber durch die verschiedenen Belastungen in der Umwelt, auf die wir dann auch zu reden kommen können, ist die Art zunehmend selten geworden. Vor allem außerhalb des Alpenbogens in vielen Gebieten verschwunden. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es nur noch ganz wenige Population und vor allem hat der Apollo als eine der ersten oder überhaupt als die erste Insektenart einen internationalen Schutzstatus bekommen. Also dieses schöne Tier ist eigentlich der Tiger unter den Schmetterlingen. Ist also gleich geschützt, wie wenn du einen Tiger irgendwo jagen würdest, den Sumatra. So ist es, wenn du heute einen Apollo Falter sammelst. Also die Tiere sind doch Sammler überhaupt nicht mehr bedroht, ganz einfach weil sie so streng geschützt sind und weil sie auch so selten geworden sind. Das Interessante am Apollo ist aber natürlich auch seine Lebensweise. Also er ist ganz stark spezialisiert auf heiße, trockene Stellen, wo du die Futterpflanzen findest. Es ist der weiße Mauerpfeffer, ist die Hauptfutterpflanze und der wächst jetzt auch sekundär zum Beispiel an Flussufern, an Straßenböschungen. Auch da kann man bei uns manchmal Apollos finden und es ist eben von dem her sehr interessant. Er hat aber auch umgekehrt nicht nur diese Raubenfutterpflanze braucht, sondern auch Saugpflanzen für den Falter. Und nur diese Kombination, dass ich auch irgendwo dann Blühstreifen habe, wenn die Falter im Sommer herumflattern, ermöglicht dem Tier praktisches Überleben. Und die Hauptproblematik jetzt an den weißen Standorten ist die Aufgabe der Nutzung. Also die Tiere sind eben an diese Offenstandorte, an die Trockenheißen gebunden. Und diese Standorte wurden früher vor allem beweidet und die Beweidung hat sich nicht mehr gelohnt. Und an vielen historischen Stellen weiß man, da war das mal offen und ist jetzt völlig verbuscht. Also du findest dann einen Wald und da gibt es natürlich keinen Apollos mehr. Du sprichst damit ein sehr wichtiges Thema an, die Schmetterlinge. Und deshalb beobachten wir sie auch im Tagfaltermonitoring. Sie sind auch ein guter Indikator. Sie geben sozusagen Informationen über ihren Lebensraumpreis, welche Futterpflanzen dort zum Beispiel für die Rauten vorkommen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch Schmetterlinge regelmäßig beobachten. Lass uns zu einer Gruppe kommen, die etwas häufiger ist. Die ganzen Schmetterlinge, die gerne Brennnesseln fressen, kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, teilweise auch Distelfalter. Hast du dazu ein schönes Exemplar für uns? Ja, natürlich können wir auch etwas suchen. Zum Beispiel ein bekanntes Tier aus der Truppe der Edelfalter ist der Admiral. Er zählt also zu den am häufigsten beobachteten Arten. Bei uns werden die hier auch abgebildet. Unverwechselbar, was nicht selbstverständlich ist. Also viele Schmetterlinge sind leicht zu verwechseln. Und das Interessante am Admiral ist, dass er eigentlich ein Profiteur der Klimaerwärmung ist. Das heißt, Admiral hat es früher im Winter nicht gegeben. Das ist sozusagen ein Zugvogel. Also wie auch andere Arten, wie zum Beispiel der Distelfalter, die wir mal anschauen können, wandern also aus dem Mittelmeerraum nach Norden und vermehren sich hier und können aber den Winter nicht übertauchen. Es ist einfach zu kalt. Und das hat sich beim Admiral so in den letzten zehn Jahren geändert, dass er da überhaupt jetzt ein anderes Verhalten hat, dass eine Population auch nörderlich des Alten Raums gebildet, wo man noch nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert mit der Überwinterung zum Teil. Aber es ist sehr, sehr spannend. Es hängt nicht nur mit den Temperaturen zusammen. Man weiß nicht alle Faktoren. Aber jedenfalls Admiral, wenn man vor 100 Jahren ein Tier im März gesehen hätte, wäre das eine Sensation gewesen. Und jetzt ist es eigentlich ganz normal. Man kann den Admiral sehr häufig als Falter zum Beispiel an faulem Obst finden. Und wie gesagt, er ist eigentlich ein Klassiker, jetzt einer der häufigsten Parkfalter, den man hier bei uns im Mitteleuropa findet. Aber schauen wir deine Brennnesseltierchen noch an. Hier der Distelfalter. Auch ein Wanderfalter? Auch ein Wanderfalter. Er fliegt also extrem weite Strecken, wird auch hin und wieder auf dem offenen Meer beobachtet. Also die schaffen es ganz locker. Wie heißt es ist der Distelfalter? Der Distelfalter fliegt also von Nordafrika bis bis nach mittlere Skandinavien sogar noch weiter zum Teil. Also man muss natürlich immer unterscheiden, macht es ein einziges Exemplar oder sind es dann die Nachfolgegeneration. Zum Teil sind diese Schmetterlingswanderungen noch sehr schlecht untersucht. Jetzt bei Nachtfaltern ganz schlecht. Bei Tagfaltern gibt es also Initiativen, das besser zu erforschen. Zum Beispiel beim vorher gezeigten Admiral ist eine Schweizer Gruppe sehr intensiv involviert, die also wirklich versuchen, diese Schmetterlingswanderung zu dokumentieren. Weil das Problem ist, die Tiere wandern nicht nur von Süden nach Norden im Frühjahr, sondern es gibt auch die umgekehrte Wanderrichtung von Norden nach Süden. Und die ist besonders schlecht dokumentiert. Da weiß man eigentlich nicht, was die Tiere tun. Sie wandern irgendwie zurück. Man sieht es, wenn du im Gebirge unterwegs bist, zum Beispiel im Spätsommer, siehst du Distelfalter immer wieder Tiere schnurstracks wie nach einem Kompass genau von Norden nach Süden fliegen. Und da geht man davon aus, dass die wieder zurückfliegen. Was sie dort aber machen im Mittelmeergebiet, das weiß man eigentlich sehr wenig darüber. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen, dass es auch bei uns Wanderfalter gibt. Also es gibt nicht nur den Monarch in Nordamerika, der wandert, sondern auch bei uns mehrere Wanderfalter. Ja, genau. Also hier haben wir den kleinen Fuchs. Das ist wahrscheinlich der am häufigsten zu beobachtende Tagfalter. Auch häufiger vielleicht noch als Zitronenfalter oder Tagpfarrnauge, die eben auch sehr bekannt sind. Trotzdem ist auch diese Art schon in manchen Regionen Mitteleuropas gefährdet. Also zum Beispiel in Deutschland weiß ich von einigen Kollegen, die selbst den kleinen Fuchs kaum mehr sichten oder überhaupt nicht mehr gesehen haben, seit mehreren Jahren. Obwohl er an einer häufigen Pflanze lebt, also sprich der Brennnessel als Raupe. Interessant ist auch, wie bei manchen anderen Schmetterlern, du siehst das hier sehr gut, das ist die Unterseite des Tieres und die sieht ganz unscheinbar aus. Also die Darnen sich erfolgen uns, wie wir vorhin schon gesprochen haben, Nacht und Tagpfalte unterscheiden sich hier in der Sitzhaltung. Man muss sich vorstellen, wenn er die Flügel, die bunten, nach oben zusammenklappt, dann sieht man nur noch die braune Flügelunterseite. Und dann ist er perfekt adaptiert. Was interessant ist, an diesem Tier, das kommt nicht allzu häufig vor bei Schmetterlingen, er überwintert als Falter. Wir haben keine Zählung gemacht, aber ich schätze, so grob es sind wenige Prozent, vielleicht drei bis vier Prozent der einheimischen Schmetterlinge, die im Falterstadium überwintern. Die allermeisten Arten überwintern im Raubensstadium einige auch als Eier oder Puppe. Aber bei einem kleinen Fuchs ist es der Falter. Ähnlich wie so ein Starkpfarenauge oder auch der Zitronenfalter. Da ist es auch das Falterstadium, also das adulte Stadium, das überwintert. Und darum kann man die Tiere eigentlich auch schon mit den ersten wärmeren Sonnenstrahlen Anfang Februar zum Beispiel sichten. Da werden sie dann sofort aktiv. Daraus wird auch klar, dass die meisten Schmetterlinge nicht sehr lange leben. In unserer Zeitskala sozusagen, der Zitronenfalter wird bis zu einem Jahr alt oder sogar ein bisschen älter. Wie alt werden die meisten anderen Schmetterlinge? In Österreich ist es natürlich ganz etwas anders und vor allem bei den Taghaltern relativ einfach zu sagen. Also da leben die meisten Arten im Bereich von wenigen Wochen, zwei, drei, vier Wochen. Aber nochmal, die größten Arten sind wenige Wochen. Und wenn man jetzt auf die Gesamtschmetterlinge in Österreich schaut, dann variiert das natürlich ein bisschen stärker. Dann haben wir Tiere, die ein bis zwei Tage nur leben. Und zum Beispiel sogenannte Sackträger ist diese Gruppe und andere ja auch bis eben maximal diese elf Monate. Also die du beim Zitronenfalter schon genannt hast. Also Zitronenfalter ist eigentlich der Rekordhalter für das Falterstadium. Zitronenfalter und Zitronenfalter Untertitelung des ZDF, 2020